Werner G, 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 Sonny, oh, der ist aber, er hält alles, den auch das meine ich. Schönen Tag alle zusammen, ich spiele jetzt die Quali für die Food Champions, es ist sogar heute der Freitag, ich muss mich heute qualifizieren, heute werde ich versuchen so viel wie möglich zu schaffen, um dann Sonntag die letzten Spiele zu machen, morgen keine Zeit habe, das heißt jetzt, erst mal muss ich durch die Quali durch, ich hoffe das schaffe ich mal easy, hier werde ich denke mal, ihr werdet ein paar Ausschnitte sehen, ich werde es wahrscheinlich sogar heute noch hochladen, also viel Spaß und wir sehen uns im Game. Fünferkette, das ist nicht sein Ernst ey, das ist nicht sein Ernst, ich spiele gegen Fünferkette Typ ey, und ich würde nur auf Konter spielen, Vinicius, man kennt ihn. Das ist nicht sein Ernst. da ist das 1-0, was? gar nichts 1-0 von Babu, stark Werner Werner 2-0, jetzt gehen wir raus Danke Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, das bestand ich das Aber ins nächste Game gegen Garciantep Türken sind immer gefährlich Die können gut FIFA spielen meistens Wenn es überhaupt einer ist Aber Garciantep denke ich mal da Aber sein Team ist jetzt nicht so überragend Ihe Nacho und Lacazette im Sturm Zwei non-rare, man kennt's Let's go Ja, komm, komm Alter, Mann Für den Oh, Mann Nein, da schieße ich ein kurzes Eck Muss da schießen, Mann Wie kann man das nicht sehen, Mann Ehrlich, was der macht, ey Da geht er vorbei Komm, Lüchst singen sie nach, Volk hat natürlich wieder alles Mann, hier Meine Fresse Wernher Zerling Zerling, da ist es doch meine Fresse, ey Dann müssen wir Wir konzentrieren gegen den Marien Werner gehen 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 Sonny Oh Der jetzt aber erhält alles. Dennoch das meine ich. Wir haben das dritte Game, aber was ist denn mit dem Ping auf einmal? Zwei Siegel. Komm, machen wir trotzdem Scheiß drauf. Wir spielen. Gucken wir uns das Team mal an. Sieht schon besser aus. Kunde. Dieser Fick hier, der regt mich richtig auf. Gravenberg. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Anschluss durchlaufen. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Oh, wohin? Digga, was ist denn das? Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, danke, Bruder. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Geiler Macker. Danke, Bruder. Drei Siege, es ist heiß. Zwei muss ich noch holen, oder wie ist das? Vier Spiele muss man holen oder fünf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will einfach schnell durch sein hier, damit ich auch langsam mit der Wii-Indie anfangen kann. Komm, gib Gas. Oh, vier, zwei, vier. Oh, vier, zwei, vier. Komm. 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 Jawoll. Wer ne. Kritisierter Mann. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Danke. Danke, 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 danke. Danke, Bruder. Danke, danke, danke. Geht alles sehr schnell. Er will auch einfach nur schnell, dass jemand abhaut anscheinend. Kaum ein Spiel heißt das nur noch, oder was? Ein Sieg. Let's go. Nächster Game. Wir hatten ja zwei Ehrenmänner jetzt eben gehabt. Das heißt, ich muss fünf oder sechs Siege holen und dann einfach rausquitten die ganze Zeit. Dann krieg ich ja immer einen Punkt. Ja. Ja, mal beibleiben. Komm mal, wie er ein krank macht, ne? Komm Stirling. Jawoll, Junge. Ärgerlich, ey. Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, mach. Ey, wie kann man sich dafür feiern? Das versteht auch nicht. Gehn Dorn. Schöne, ich muss immer noch aus. Gehn Dorn. Gehn Dorn. Gehn Dorn. Gehn Dorn. Hälter sogar noch. Gehn Dorn. Kein Tor. Gehn Dorn. 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 man kommt mehr da ist das gefährlich das gibt es nicht man das müsste gewesen sein oder wenn ich jetzt ja wir werden es jetzt sehen wenn das video jetzt vorbei ist habe ich die letzten spiele einfach verlassen und wir sehen uns vielleicht dann morgen wieder wenn ich von fuji bis das hochlade ansonsten kommt noch ein spiel jetzt und ich weiß nicht bis wann man sich qualifiziert haben muss 24 punkte reicht das fragezeichen oder halt nicht wir gucken mal nach wie gesagt ansonsten das video jetzt vorbei und wir sehen uns dann entweder morgen oder morgen das spiel spiele ich noch werner 1-0 komm 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 ja Junge guck geht doch viel schneller geht doch viel besser zack qualifiziert jetzt kann ich die ok jetzt kann ich jetzt kann ich die dinge abbrechen über die playoffs ist das richtig nicht dass ich hier scheiße baue dann aber da haben wir schon mal die quali 1a perfect das heißt dann jetzt ich habe jetzt beendet playoffs abgeschlossen premium gold spieler pack gold spieler pack final qualifikation das heißt ja gut dann bin ich für wir gucken uns mal eben die haben wir die rewards die ich bekommen jetzt gucken wir uns mal eben an auf schnell zack zack so so gold spieler pack das schlecht ist von allen und wieder ein kompletter müll und wieder ein kompletter müll und wieder ein kompletter müll wir haben wir auch nicht tausend mal schon aber er ist echt nicht schlecht ja wie gesagt dann sehen wir uns in den in der weekend league bis dann wir gehen